Da hat Kira hingepullert eben, oder? Ne. Wo ist das Baby, Tyson? Wo ist das Baby? Huch, vorbeigehuscht. Das macht sie auch komischerweise. Die will von hinten rauf. Ey Puppe, was hast du für Ohren? So. Oh. Oh, ich dachte auch eben. Jetzt kriegt ihr erstmal wieder eine Abreibung. Oh, das passt ja auch noch. Oh, die Falle, die Falle, die Falle. Die Falle, die Falle. Oh, dann haut sie wieder schnell ab, ne? Ja, das ist eine Zicke. Das muss man auch packen. Guck mal, mal neben dir. Oh. Das muss man jetzt anstrengend machen. Hallo. Hallo. Ja, hallo, süße Maus. Hallo, süße. Na, na, bist du da? Hallo. Das ist Amy. Ganz süße. Oh, ein Mädchen. Oh, ich muss es mir fallen. Oh, bist du süß. Oh, doch, bist du süß. Irgendwie ist das ganz, ganz komisch hier.